Alter, da wächst wirklich an unserem Haus ja immer ein Baum. Das gibt's doch nicht. Oh, können die Eier nicht weiter stacken? Ähm, das war... Wißt du das, was ich wollte? Ich wollte Kravir gucken. Ja, Kravir gucken. Kravir, der Film, jetzt im Kino. Oh, wir haben nur sechs Kravir. Ich glaube, wir sind doch mal in den Nether gegangen. Wegen Kravir. Genau, das war dann mal unser Plan. Soweit ich weiß. Ui. So. Ja. Lass ich's hier auf der Ebene? Eher nicht. Ich würd' hier vielleicht aufschütten. Und wir haben kein Kravir mehr. Hm, hm, hm. Hm. Blöd. Erde. Erde. Erde, da. Wir brauchen eh mehr Erde. So, für Gunpowder. Alter. Wie viel Gunpowder wir haben. Wir haben jetzt genau zweieinhalb Stacks Gunpowder. Alter, das ist ja übermäßig viel. Ah, das kann ich ja gleich noch essen hier. Was weiß er noch rumliegt. Ja, ja, ja. Genau, rot, nicht gut. Ist alles okay. Dann könnte ich ja glatt mal hier runter gehen. Da ist bestimmt irgendwo ein Kravir versteckt, den man ja beim Stripbinding so häufig findet. Der dann immer von oben kommt. Wenn man keine Schaufel dabei hat, ist das ziemlich nervig. Eisen interessiert uns nicht. Haben wir genug. Haben wir sogar einen Steck dabei. Was mich eher interessiert, ist jetzt Kravir. Und dass ich hier kein Licht gemacht habe. Ja, wo ist er denn, der Kravir? Hm? Da hat es bestimmt ein bisschen... Wo ist meine Kiste? Hm. Jetzt wird es interessant. Oh, der va... Alter! Alter! Bitte! Was geht denn hier ab? Geh weg hier! Alter Schwede! Nichts besonderes. Jetzt hängt ich schon wieder in der Höhle drin und hab nicht mal eine Blitzhacke dabei. Ist ja auch mal lustig. Ja, hier ist Kravir. Gut. Hausende. Wir haben das, was wir suchen. Aber wir können es gar nicht aufsammeln. Ich mach jetzt einfach mal hier so. Geht die Schaufel ja platt kaputt. Die Axt ist uns beim Dachbau kaputt gegangen. Die Schaufel geht uns beim Kravirfarben kaputt. Ne, 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 lass ich mal hier so Erde. Nicht so Kohle so viel. Da haben wir auch Kravir. Ui! Wir werden hier nochmal reinkommen mit Spitzhacke. Wir kommen. Oh, es ist Nacht. Wir haben unseren eigenen Dschungel jetzt. Da brauchen wir keinen Dschul mehr hier. Endlich. Ja, das Tag ist fertig. Du, du, du. Hm, bald mach ich, denk ich, wieder eine Aufnahme mit Paulus aus. Sind da, denk ich, schon wieder zwei Stunden. Weiß gar nicht. Ja, 15 nach 15. Das Teil hier, das raucht aber auch. Endlich ist es fertig. Und da ist ein Creeper. Da hängen noch Baumteile rum. Ja, geil! You cannot trust now. Der Monster ist mir wie. Hm, natürlich ist es jetzt geil hier, dass wir hier nicht resten können, weil hier ein paar Monster sind. Ich bin schon immer mal gewünscht. Komm schon! jetzt geht's! Ja, die machen noch Party! Jungs, es ist morgen. Da wird keine Party mehr gemacht und das hier ist wohl der DJ oder was. Keine Ahnung. Hallo Elsa! Geil! Hallo! Du bist ein ganz feiner. Ich knall mal ab mit der Acker. Ja, lauf uns durch die Felder! Alter, das gibt's doch nicht. Lass uns einfach mal ein Creeper durch Melonenfeld. Wo ist denn der jetzt verreckt? Ja, geil! Der Creeper hat unsere Melonen kaputt gemacht hier. Danke, danke, danke. Ja, das kann ich jetzt auch nicht anpflanzen. Das gibt's doch einfach nicht. Der hüpft da einfach mal so rum. Na? Na? So, tot. Ende aus Geschichte. Creeper tot. Ich kann das Ei nicht aufsammeln. Ich kann das Ei nicht aufsammeln. Zombiefleisch kommt weg, braucht sowieso keiner. Da hinten ist eine Kuh. Kuh macht Buh. Buh. Ja, Enderman! Enderman! Die haben zwar keine so tolle Rüstung. Ja, verpisst er sich einfach. Gibt's doch nicht. Da hört man den neuen Enderman Sound. Und um mich herum matscht's. wo ist der Hans? Ist der Hans XI? Ja, natürlich. Hat sich einfach verpisst hier. Wieso greift er uns nicht an? ein. Wahrscheinlich klaut er uns jetzt Melonen. So. Wieder zwei Eier. Könnte auch da oben eine Hühnerform reinmachen. Aber das lasse ich wahrscheinlich sowieso bleiben, weil wir wollen ja keine Hühner im Haus. Wir essen einfach ein paar Brötchen. Dann klatsch mal hier eine Hühnerform hin. Wir haben jetzt genug Kravil. hier genau 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 so Perfekt Perfekt ich weiß gar nicht wie man so hin macht wie immer krieg ich schon hin. Ich hab ja schon mal eine gebaut. ein zweifalte Blöcke so dann fangen wir mal an hier kommt auch noch Kravil rein geil da kommen jetzt auch Gras Partikel ja die 142 ist endlich mal ein bisschen besser geworden au so da brauche ich noch ein bisschen Glas und vor allem auch noch Wasser der spitze glaube ich auch nicht komm nehmen wir die stein die hat auch keine mehr die muss sowieso weg ja glas 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 hier xp noch ein bisschen ja beide bollens sind jetzt gewachsen klipper meine lieben klippers das passt ja nicht so ganz wie machen wir das dann am dümmsten die linien sollen hier sein und dann einfach da ihre eier runter unterscheißen und eins zwei drei vier fünf sechs ja egal ich würde sagen das machen wir dann nächste Folge einfach also bis dahin tschüss tschüss